Also gut, meine Schüler, passt ganz gut auf. Wir machen jetzt nur mit dem Unterricht weiter. Wie wir hier sehen, macht eine hypotenosische Quadratformel auch nichts ganz Besonderes aus, da ja das Universum von nichts nicht definierbar ist. Hey, hey, du, du. Was ist denn? Müsst du mit mir nach der Schule? Karl, quatschst du schon wieder mitten im Unterricht? Hey, nein, das war nur ein Ausversehen. Karl, sollte ich dich nicht lieber in die Armee schicken? Was will ich denn da? Da wird man doch nur abgeschossen, oder? Nein, nein, nicht ganz. Ich meine, das ist einfach besser für dich. Na gut, wenn sie darf bestehen, dann schon. Ich will dich mal heute früh heimschicken von Unterricht. Ich freue mich eigentlich schon, wenn Karl wieder von der Schule kommt, beziehungsweise von der Uni. Können wir immer tolle Sachen machen. Genau, hey, 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 warte mal, da hinten, da kommt er ja schon. Karl, wieso kommst du denn jetzt schon von der Uni? Ach, wisst ihr, Leute, ich hab euch was zu sagen. Ich geh nicht mal an die Uni, ich geh jetzt in die Armee. Was gehst du, du gehst in die Armee? Dazu bist du viel zu schwach. Ach, wer sagt denn das? Na, wir alle. Na ja, ich bestehe darauf. Ich gehe zur Armee. Ihr werdet schon noch schauen. Oh mein Gott, unser Karl geht zur Armee. Sollte bestimmt nicht durchstehen. Es ist Nacht und ich warte auf den Bus. Es ist Nacht und ich warte auf den Bus. Es ist Nacht, Nacht, Nacht und ich warte auf den Bus. Kaum zu glauben, nicht wahr? Ja, unser Karl ist jetzt schon an der Uni. Ach, ich lass mir das einfach nicht in den Kopf einreden. Musst du aber können. Hey, 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 Leute, ähm, was glaubt ihr, wie es ihm gerade geht? Zap, Zap, Teilung, rechts, Marsch! Ich sagte Marsch, verdammt nochmal! Hey, Kommandant, was heißt Marsch? Marsch bedeutet, ach, warum sag ich das denn eigentlich? Marsch bedeutet losgehen! Natürlich, natürlich, äh, na, kommt, Leute, wir gehen los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Halt! Ihr seid ja schon genau wie richtige Musfergnaden. Seht euch doch bloß mal an. Und wenn ich Halt sage, dann meine ich auch Halt. Und Halt, ihr Idioten! Bedeutet nicht eine einzige Bewegung! Abzerteilung, links, vier, schnitt, Marsch! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Halt! 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 Oh mein Gott, was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, ja, ich komm ja schon. Wer ist denn da nur dran? Hallo? Hallo Guy, ich bin's. Kannst du mich bitte wieder aus der Armee abholen? Es macht mir überhaupt keinen Spaß. Bitte, tu das für mich. Wenn ich dich da rausholen würde, dann würde mein Job als Polizist gelaufen sein. Na, aber wer sollte mich sonst abholen? Frag halt mal Bob, der ist Detektiv. Danke für den Ratschlag, vielen Dank. Gut, und überleg dir vorher, was du machst, okay? Das war nicht meine Idee, das war die Schuld meines Lehrers. Naja, auch egal, ist schon recht. Tschüss. Tschüss. Oh mein Gott, wer ruft ihn jetzt an, mitten in der Nacht? Ja, 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 ich komm ja schon. Na, hallo? Hallo Bob, also gut, jetzt pass mal auf, ich brauche deine Hilfe, und zwar dringend. Aha, und um was geht's denn? Also bei diesem entschiedenen Grund hole ich dich da ja sofort raus. Ja, aber komm bitte schnell. So, das hier ist das Tor, jetzt muss ich nur noch warten auf Bob. So, nun sind wir hier. Aber leise, Tom. Warum hast du ihn mitgebracht? Wen denn? Den lachenden Hans? Ach so, keine Ahnung. Die Welt ist immer schön und glücklich mit mir. Ich bin der zufriedenste Mensch auf der Welt. Pssst. Pssst. So, Bob. Also es gibt jetzt zwei Knöpfe, welchen sollen wir betätigen? Also gut, ich nehme den oberen. Böp, böp, böp. Oh nein, schnell noch den unteren drücken. Ja, jetzt ist besser. So, und jetzt müssen wir nur noch den Karl finden. Ich bin hier, ich bin hier. Na Gott sei Dank, Karl, komm schnell mit rüber. Schnell, schneller. Ah, das könnte euch so passen. Ich sperre euch alle ins Verlies ein. Oh nein, schnell weg hier. Na wartet, wenn ich euch in die Finger bekomme, dann gibt es viel Ärger. Die Grenze, schnell, schnell, schnell. Oh, na wartet nur, bis ich euch in meinen Fingern habe. Oh, gleich habe ich dich. So, jetzt habe ich dich, du Ausblecherhilfstieb. Oh nein, bitte hilf mir, hilf mir doch. Das könnte ich dir so passen, nicht wahr? Alles Gute kommt von oben. Na was zum... Ah! Aua! Kuh, kuh, aua. Schnell, komm mit, los. Ja, ich komme. Na wartet ihr. Wenn ich euch dann noch meine Finger bekomme, gibt es viel Ärger. Und nichts wie weg, so schnell wie möglich. Nichts wie ab. Ich war so nah dran. Na warte. Ah! Na, Gott sei Dank, dass jetzt wieder alles beim Alten ist, nicht wahr? Und ich bin stolz auf dich, Karl, dass du es geschafft hast. Vielen Dank, Guy. Jetzt stört mich nur noch eine Sache, die nicht so ganz störend ist, weil er ja auch ein guter Freund sein kann. Und die wäre... Die da hier. Die Welt ist schön und glücklich.